Herzlich Willkommen bei Mika Caravan bei uns auf dem Kanal wieder mal später abends Aber ja, ein bisschen Büro und so weiter noch zu tun Ich habe aber jetzt eine Verkündung Und zwar das neue Campertreffen, wo wir ausrufen für 2022 Wird stattfinden am 26., 27., 28., 29. Mai 2022 Ab sofort könnt ihr euch natürlich wieder anmelden Wird man uns mega mäßig freuen Wir haben auch ein bisschen die Stellplätze erweitert Also dieses Mal haben wir ein bisschen mehr Platz Wie für ca. 80 Fahrzeuge Also wir sind gespannt Natürlich haben alle, die das letzte Mal da waren Und unsere Mika Caravan Clubkarte haben Einen garantierten Stellplatz Wobei wir da die Anmeldung natürlich so ein bisschen begrenzen müssen Weil ich kann die nicht freihalten bis zum Mai Das ist ganz klar Aber jedenfalls ist das mal der Plan Wir werden dieses Mal einen Tag länger Campertreffen machen Und zwar machen wir das aus folgendem Grund Da man natürlich viele Kunden und viele Fans haben Die von weiter her kommen Möchten wir ihnen auch die Gelegenheit geben Dass sie nicht am nächsten Tag gleich wieder losmarschieren müssen Sondern dass man auch einen Tag länger hierbleiben kann Und bieten dafür natürlich noch ein richtig großes Rahmenprogramm Camper Tobi wird wieder da sein Und viele andere YouTuber Genaueres gibt es natürlich noch Haben ja nur ein bisschen hin Aber dieses wollte ich euch schon mal im Vorfeld mitteilen Damit man da dementsprechend schon mal einplanen kann Weil wir würden uns natürlich unwahrscheinlich freuen Über eine irrsinnige Vielzahl an Besuchern Und da gönnen wir uns dann wieder richtig Spaß Und da lassen wir uns auch richtig was einfallen dafür So, jetzt gehen wir mal kurz in die Werkstatt Da habe ich ja noch den Knaus stehen Den wir gerade in Arbeit haben Und da wollte ich euch mal den Fortschritt zeigen Wie weit, dass wir da sind Er ist noch nicht ganz fertig Weil, ja, die Grippe hält auch bei uns nicht Oder macht auch bei uns nicht Stopp Es hat zwei Kollegen getroffen Einen Kollegen getroffen, Entschuldigung Den Detlef, der gerade aktuell krank ist Ja, somit kann man nichts tun Bleibt ein bisschen was liegen Dauert ein bisschen was länger Und, aber das ist so Ich wünsche Ihnen auf diesem Weg schon mal gute Besserung Da hat sich dann der Steffen durchgekämpft Und da schauen wir uns jetzt mal in die Werkstatt Wie weit und wie das ausschaut Also, gehen wir mal hin Die Wand ist leer Das heißt, der Ladebooster ist da hinten weggekommen Den haben wir ja jetzt, wie wir es besprochen haben Hier reingebaut Dazu waren natürlich etliche Veränderungen nötig Weil das Teil ist natürlich richtig groß Das heißt, wir mussten das Ladegerät anders positionieren Das haben wir jetzt auf die Seite montiert Damit es hier nicht kollidiert und im Weg ist Dann haben wir hier überall Schutzschläuche rum Die werden jetzt hier sauber natürlich angeordnet Damit die hier sauber drin liegen Und nicht die ganzen Kabel einzeln drin liegen Das wird hier auch dann alles noch so befestigt Also, damit es hier sauber ausschaut Auf der Seite müssen wir jetzt nur richtig vertragen Wir haben jetzt hier die ganze Befestigung Ich gehe da mal rum Neu gemacht Dann haben wir die Befestigung für den Akku natürlich neu gemacht Um, dass das auch sauber alles hält Und jetzt können wir dann auch die Sitzkonsole drauf machen Und den Sitz sauber drehen lassen Hier kommt natürlich auch noch eine Änderung rein Hier kommen ja überall Kabelschutzrohre drauf Also, da kommen auch noch überall die Rohre drüber Damit das entsprechend dann auch durch das Loch ausgesichert ist Jetzt schauen wir mal kurz auf die andere Seite Weil da schauen wir mal, wie es da ausschaut Jetzt laufen wir hier mal rum So Hier haben wir jetzt hier ein Brett reingemacht Beziehungsweise eine Blende reingebaut Das mussten wir jetzt hier außen dran befestigen Hier haben wir unseren Messschand Halt, ich hole mal das Licht Hier seht ihr unseren Messschand entsprechend Hier unten unseren Plusverteiler Und auf der Seite, da gehe ich jetzt mal rum Auf die andere Seite Schwupp Das wird natürlich jetzt alles noch neu geordnet Aber hier haben wir natürlich den Solarregler Da werden die Kabel jetzt dann noch sauber angeordnet Und hier haben wir dann noch ein Relais Das ist für den Booster, sprich Ladegerät Und hier haben wir dann noch die Sicherungen dafür Dementsprechend angeordnet Damit das alles sauber und ordentlich da hinten verbaut ist Wie gesagt, das wird jetzt noch sauber und ordentlich verkabelt Gekürzt, die Kabel angeschnitten und 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 Damit das dann entsprechend ein sauberes Bild ist Nur, ich wollte euch hier schon mal den Fortschritt zeigen Wie man sowas machen kann Und wie gesagt, die Kabel, die werden jetzt hier dann alle so Schön sauber in die Kante reingelegt Damit dann dementsprechend hier überall die Schutzschläuche rum sind Und es anständig ausschaut Dann werden die auch sauber befestigt, dass da nichts mehr rumfliegt Und dann können wir wieder die Blende drüber machen Damit das alles ordentlich ausschaut Und ja, ich glaube, dann haben wir hier das gröbste Chaos So ein bisschen beseitigt Und haben entsprechend den Kunden seine Sitzkonsole hier verbauen können Dann, wenn die Sitze wieder drauf kommen Und der Sitz kann sich dann auch drehen Weil hier der Ladebooster komplett entfernt worden ist Also, so schaut es dann ordentlich aus Der Booster muss natürlich auch noch Also, da spricht der Wechselrichter Muss noch angeschlossen werden Das wird natürlich auch noch folgen Da wird auch noch eine Sicherung dann dementsprechend verbaut Aber es ist halt nicht ganz so einfach Wenn man alles neu verlegen, krimpen Sich erst einmal einen Durchblick verschaffen muss Das ist halt immer das Schlimme, wenn so ein Chaos herrscht Da muss man ja dann erst einmal wirklich einen kompletten Durchblick machen Damit man überhaupt weiß, wo was hingeht Ihr habt ja das erste Video gesehen Und bis man dann so mal den Anfang hat Und man richtig loslegen kann Dauert das ein bisschen Das ist leider so Aber, ja Das ist auch Wenn man natürlich in schon gefertigte Arbeiten Da so eingreifen muss Aber, ich glaube Das sind immer gute Dinge Das wird ganz gut Und der Kunde kann dann auch das Fahrzeug wieder getrost Getrost, getrost Super nutzen Weil wir dann hier Richtig Kapazität verbaut haben 300 Amperestunden Bulltron Fünfjahresgarantie Und ich muss auch wirklich sagen Das ist eine tolle Batterie Beziehungsweise ein toller Akku Warum ist das ein toller Akku? Weil er von der Größe her natürlich mit 300 Amperestunden Hier wirklich kompakt unter den Sitz passt Muss man wirklich sagen Ist eine tolle Geschichte Finde ich richtig gut Was mir auch sehr gut gefällt Ist der Service von Bulltron Also ich habe mich lang mit denen telefonisch unterhalten Weil ich bin ja immer so ein bisschen ein Skeptiker Wisst ihr ja mittlerweile Wenn hier fünf Jahre Garantie steht Heißt ja nicht gleich, dass ich fünf Jahre Garantie habe Also ich habe zwar die fünf Jahre Garantie Aber es nützt mir nichts Wenn ich acht Wochen drauf warten muss Bis ich meinen Ersatzakku kriege Und Bulltron hat hier den Service Dass sie versprochen haben Beziehungsweise mir versichert haben Binnen 24 Stunden Wenn der Akku bei ihnen eingeht Binnen 24 Stunden Wird das Ganze dann dementsprechend Repariert Zurückschickt Oder beziehungsweise der Ersatzakku Und dann muss der hier bei mir vor Ort sein Und damit kann ich leben Das ist ein Service Mit dem kann man umgehen Hier haben wir sauber den Deckel verschraubt Anständig Hat man auch schöne kleine Schrauben genommen Damit die nicht so auffallen Finde ich ganz praktisch Sauberes Garantie-Siegel verklebt Also ist ein toller Akku Kann man nicht meckern Für die Kapazität Was er in dem kleinen Gehäuse da drin hat Ist er eigentlich echt super Ja So schaut es hier aus In dem Auto Und das wollte ich euch Jetzt mal Als Fortschritt zeigen Und dann haben wir hier Auf der Seite In unserem Malibu stehen Aber da machen wir Das nächste Video Wie hier der Fortschritt ist Weil da ist auch Richtig was passiert Ihr seht schon Man kann mal reinblitzen Davon sieht man Dass man nichts sieht Die Sitze sind noch außen Weil da haben wir natürlich Auch WCS Akkus verbaut Zweimal 100 Amperestunden Glaube ich waren das Genau Und mit Booster Und Wechselrichter Und allem drum und dran Da haben wir nur Ein bisschen was zu tun Ja In dem Sinn Wünsche ich euch Schon mal Alles Gute Bis gleich Ja Das war der Fortschritt Von unserem Knaus Ihr seht Da ist wieder ein bisschen Was passiert Trotz dass ein Mann Ausgefallen ist Aber unser Steffen Ist da Richtig fleißig dabei Aber wie gesagt Man muss hier natürlich Erst einmal einen Überblick Verschaffen Darum dauert sowas Natürlich schon ein bisschen Aber ich denke Morgen gehen wir Ins Finale Endgeschehen Darum habe ich gerade So ein bisschen Das Zwischenvideo gemacht Weil morgen wird es hier Schlag auf Schlag gehen Da wird ein bisschen Was passieren Und da kommt man Dann immer so Zum Videomachen Dazwischen drin Weil hier haben wir Natürlich durch unseren Laden Auch viel Kundenverkehr Unter anderem Natürlich kommen immer wieder Welche oder viele Kunden vorbei Die möchten gern Tournees anschauen Und so weiter Apropos Tournees anschauen Nicht vergessen Ich habe noch einen draußen Zu einem Special Preis Tournee 6 Meter In Schwarz Also wenn noch Interesse besteht Den habe ich noch da Wäre sofort zur Verfügung Für dieses Jahr noch Also wenn ihr da Interesse habt Könnt ihr gern vorbeigucken Und anschauen Ich werde ihn auch noch mal abfilmen Damit man den genauer betrachten kann Und ja Und da wir immer wieder Auch hier im Shop Natürlich gut zu tun haben Weil wir tagtäglich Auch immer viele Kunden hier haben Ist hier natürlich Immer nicht ganz so gut Mit dem Filmen tagsüber Aber da wollte ich euch Noch was zeigen Und zwar Jetzt nehme ich euch mal Auf die Hand Da bin ich ganz begeistert davon Und es passt so ein bisschen Zur Jahreszeit Schaut mal Die Schäfchen Ich habe auf der Caravan Salon Schon mal ein kleines Video Drüber gemacht Und zwar Gibt es von der Schafswolle Originale Sitzbezüge Von Fiat Ducato Beziehungsweise Auch andere Fahrzeuge Da muss man Müssen wir dann Nur mal messen Dass die auch drauf passen Also ich habe die auch Hier vorne liegen Genau da In anderen Farben In dem Grau zum Beispiel Hier sehen wir es Unter anderem Kann man die auch Als Na Aufleger Für die Für die Campingstühle nehmen Haben wir auch schon Etliche verkaufen können Beziehungsweise verkauft Und ich muss dir sagen Ich habe die auch In meinem Auto Die sind echt mega Weil wir waren ja jetzt Auf der Spendenaktion Und also Da drin sitzen Also Boah Ein geiles Gefühl Die fassen einen So richtig ein Und man hat so Richtig tolles Warmes Vom Rücken her Klimatisches Gefühl Also ich muss echt sagen Das sind mega Mega schöne Sitzbezüge Und jetzt schauen wir mal Kurz in unseren Tournee rein Da sehen wir den Natürlich In live Da haben wir nämlich Einmal Einen Sitz bezogen Hier sehe ich das Wie er ausschaut Moment Ich mache mal Licht da drin Dann können wir das Genauer angucken Also Abgesehen davon Dass er auch gut ausschaut Und Schön passend ist Für die Sitzform Ist er halt Auch mega Kuschelig Also Es ist echt Ein geiles Teil Also Falls ihr noch Ein Weihnachtsgeschenk sucht Oder euch Was Gutes tun wollt Das ist ein Produkt Was ich euch wirklich Wärmstens empfehlen kann Wie gesagt Ihr wisst Ich bin nicht begeistert Von Dingen Die ich nicht selber Ausprobiert habe Aber das Ding Habe ich selber Ausprobiert Habe ich selber In meinem Auto Also echt Mega kuschelig Weil man einfach Richtig Richtig geil Drin sitzt Also das macht Richtig Spaß So Genug geschwärmt Sonst heißt es Ich mache hier Eine Marketing Show Mache ich natürlich nicht Aber die sind nun mal Echt mega Ja Dann zu dem Sofa hier Warum zeige ich das In ein paar Videos Habe ich das mal Gezeigt Beziehungsweise War ich da drin gesessen Und dann wurde ich Mehrmals gefragt Von welcher Marke Das wäre Woher das Sofa ist Also ihr seht Das ist von Frankana Freiko Also wenn auch hier Interesse besteht Einfach eine kurze E-Mail an uns Mir verschicken das auch Überhaupt kein Problem Dann könnt ihr uns Da ruhig Bescheid sagen Preislich Müsst ihr jetzt nachgucken Jetzt müsst ihr lügen Jetzt ist das Preisschild Nicht dran Ich kann es jetzt Gar nicht auswendig sagen Aber ich Könnte nachschauen Also wenn ihr da Wirklich Interesse habt Ich suche es gerne raus Dann sage ich es euch Ich glaube Die sind gar nicht so wild Ich glaube Irgendwas um die 120 Euro Und dann einfach Einfach eine kurze E-Mail machen Falls dein Interesse besteht Echt saubequem das Ding Kann man schön zusammenfalten Ist überhaupt nicht groß und schwer Ist so komplettes Faltgestell da unten Also das faltet man zusammen wie so ein Pavillon Und funktioniert richtig gut Ja so Jetzt ist aber Schluss Das wollte ich euch nur alles sagen Und mitteilen Jetzt wünsche ich euch Einen wunderschönen Tag Abend Nachmittag Und bleibt es mir gesund Schreibt es in die Kommentare Anregungen Wünsche Freuen mich immer Über ein Like Freue ich mich natürlich Genauso wie über ein Abo von euch Ich wünsche euch alles Gute Bis bald Aus Dingesbühl Ciao Ciao